was geht ab leute mit einer reaction nach langer zeit mal wieder ich war gestern live die wohnung stunde nutzen dementsprechend habe ich kein material für heute das video das wurde mir schon oft vorgeschlagen und das hatte ich eigentlich schon lange vor darauf zu reagieren aber februar war so voll ihr kennt es ja der februar geht so ab mit den events und dann auch noch die bonus stunden und rampenlicht stunden da war es einfach zu voll aber jetzt nehmen wir uns zeit dafür und zwar ist es eine pokémon sammlung die wir uns anschauen und zwar ist es der kai das ist der sohn von so einer poker youtuberin die macht gerne solo versuche mit versuche und das sozusagen ihr partner der zweite kommt mit dem sie das oft macht ihr sohn und seiner konten uns jetzt an der ist keine ahnung 10 11 12 irgendwie so um den dreh herum wie du geht 17 minuten aber ich versuche bisschen durch zu skippen bei 17 minuten schon lang aber ich bin gespannt also ich habe gerade reingeschaut bezüglich der statistik die kann man direkt vergleichen genau fänge also sie hat 277.000 er hat 114.000 beides sehr solide die maxen ja eine menge pokémon dementsprechend brauchen die eine menge staub vergleich das nur mal schnell mit mir wie viel habe ich eigentlich ich habe 271.000 das war vor vier monaten also sie hat bei weitem mehr als ich dann legen der gerät sie hat 3226 mittlerweile wahrscheinlich 4000 oder so wenn nicht mehr er hatte damals 2037 und ich habe momentan 2200 also das war wie gesagt vor vier monaten also hat er wahrscheinlich mehr als ich mehr legendäre rates aber ihr habt die videos gesehen von den rettionen zum beispiel bogeos da ging nie was ab und ich bin jetzt auch nicht so motiviert und da geht es auch schon los mit dem pokémon 200er mewtwo 98er mewtwo noch ein 98er mewtwo noch ein 98er mewtwo noch ein 98er mewtwo ein lucky shiny lucky 93er mewtwo ok grodan 100 grodan 98 keogel lucky 98er deck 14 sie hat was weiß ich wie viele hunderter mewtwo 23 6 9 12 minimum 15 gemaxte mewtwo nicht schlecht und er hat noch 4,5 millionen sternstaub läuft bei ihm 6 millionen stern da sind also ob er jetzt ausgesehen und er sieht ausgesehen 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 warum er hat noch ein Okay, so this is his Indominus Rex, he was lucky traded by... Rose! ...Legacy Lowe's? Yes. And then this is... Mosasaurus. Yes, Mosasaurus. So it's Indominus Rex. And Mosasaurus. Right. And traded by... Fernando! Fernando. We met him in a Chicago and a golf fest. And he was attacked between me. So it just... Yeah. There we go. Yeah. So he maxed it. And he's very happy about it. Otherwise, he has like the old... Dialga 100. A few Dialga. 6th Team Dialga is stable. 100 of the Alete team didn't match. Because we wanted to do the Dialga Miro match trio. Yes. And then he loves... Palkia. Palkia. My boy. My boy. Yes. Palkia. My boy. He has a lot of Palkia but he only has 5. And he has one hole. Alquaza. 300. 400. 500. 600. What? 600er. 2 shiny 100er Alquaza. Okay. Yeah. Heftig. Not bad. What the fuck? A lot of people follow me on Twitter. They know what happened. Here's what happened. Kai actually had that 2 Rayquaza already. What the fuck? 200 Rayquaza already. When they brought back Rayquaza for the first time. Yes. We didn't have a shiny. So he already had 2. And this time they brought Rayquaza back as shiny. He got one regular non-shiny hundo. And in the same day he got this one. He got it in Dallas. He got it in Dallas. Yeah. He got it. We were like speechless. But we weren't surprised at all. Because it's like. It's just totally understandable. And then after that he got another hundo. The regular non-shiny one. So he was just like. Well. It might as well you should get 6 hundo's. But what we didn't expect. Was that it was in another shundo. Rayquaza. Rayquaza is a boy. 600 Rayquaza. Not Palkia. Rayquaza is a boy. Super shundo. Which is crazy insane. Rayquaza just loved him. Yeah man. So he had basically total of 11 Rayquaza maxed out. The Latios is also 100. 98 percent. 98 percent. And he also maxed out this. Tag 15 shiny too. So he has total 11 Rayquaza right now. Which is great. Because we could do a restaurant. With just one swipe. Kai has some of the like. Tita maxed out. But. Smackdown. Smackdown. This is like a hundo. That we got on the community day. We're just lucky. But. Yeah. He's most. He has a hundo. Latios. That I wasn't. I wasn't happy. You know. I do. He was not happy at all. The day. It was a Latios Rayquaza. He didn't have a shiny Latios. He complains so much. And this was the last Latios Rayquaza day. And when I showed him. He got a hundo. He was not happy at all. It was just. It's his standard. I would like to be like him. When I grow up. And he has some like a medium mash. That he's going to have to make more. Because we need to prepare for Curum. And he has some. And he has some. Dragonite. Salamence. Ricarior. And then he has. Gatina. Origins. Zaptos. Zaptos. This is. Zaptos. One of the. The first hundo legendary. It was Zaptos. Okay. Yeah. So that's why he has a charge beam. It's. Ah. Da Vinci. No. Okay. Da Vinci was shaking the camera. Yeah. Okay. Okay. Ah. Charge beam Thunderbolt. And then. Ah. When they brought back Zaptos. Shining 98. Wow. Ah. 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 It did it. A lot of tasks guys. To get them. And. He has that. Methical Maxed out. Giuru infra charts. Geriatri. He has a lot of task guys. But. statistically. It doesn't matter. So he. He. si. That. The heal. Ja, er hat das Glacium Ja, er hat das Glacium Okay, ja, bestandert Ja, jetzt kommen aber nicht mehr so kleine Sachen Jetzt kommen halt so die ganzen Standard-Map- und Raid-Sachen So Machumai, Alakazam Ja, ja Also die Legendären waren schon interessant Ja, 100% Okay Das ist so cool This one is not maxed Ja, aber jetzt kommen einfach nur Trades Und Luxury He hatched it Okay 100er Shino 200 Gengars 200 Gengars He has 5 maxed out Gengars At this point Nice Da kommt jetzt nichts mehr alt zu Interessantes Yeah, I know it's attack 14 But this is a 96% attack 14 That's pretty damn good So, yeah, he's lucky I'm jealous, it looks really cool Yeah, and then here's some more Gengar Gengar And I wanna hear it's like Let me say Kai It's not something that he has a lot of pokemon maxed out Like me He has more pokemon maxed out than most of the people But yeah, he has the I don't know It's trowman He 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 brown trowman Yeah Because you give us some Your wrestling fans This one man Yeah It's 7 It's maxed out So Punch grow It's maxed out 15 15 15 14 I don't think you have any like Guardable maxed out Yeah, I don't have Oh, this one's maxed Yeah Kai loves maxing out shiny Period Yeah I think that's about it Like I said Kai is really like Oh yeah, Maya Oh absolutely Okay 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 Oh yeah, you have one more You hatched it I don't have one more You hatched it The next maxed out monday Is Eigentlich Absurd noch dran Aber wow Ja, sehr interessant Klasse Sache Weiß nicht was ich sagen soll Außer krasse Sammlung Der Junge ist der Rayquaza Boy Sehr interessant Kurzes Direction Video Morgen Ja, morgen Ihr seht das Video heute noch Morgen ist C-Day Euch viel Spaß Viel Glück Viel Erfolg beim C-Day Ja, ansonsten Ihr wisst Bescheid wie man Like and Subscribe Und kommentieren Checkt die Videos ab Pokémon auf Instagram Facebook Twitter Checkt die Shop ab Vergesst nicht Pokémon CS Business Bis zum nächsten Mal